So, da sind immer die ersten zwei Dudes hier oben tot und wir haben auch ein bisschen kassiert, muss ich sagen. Ich habe aber Kügelchen gesammelt, tatsächlich. Eben gerade. Das... Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Curdery! Mit mir! Curdery! Und Sekiro! Ja, ich bin eben schon mal kurz hier die Tremburg dran, hab nur mal die vier Dudes hier platt gemacht. Das war relativ einfach, muss ich sagen. Ja, das Tor ist zu, das weiß ich. Deshalb muss ich ja anscheinend irgendwie über die Dächer gehen. Da oben ist doch schon wieder so ein Knecht. Er hat mich gesehen und er wirft seinen Scheiß nach mir. Gucke ich mal, ob ich den hier ganz easy besiegt kann. Ich hoffe nicht. So, der ist doch schon mal tot. Das war auch relativ, relativ einfach. Aber ist das der richtige Weg? Weiß es nicht. Müsste ja irgendwie in die Burg kommen. Da! Da ist der Weg in die Burg. Da ist er. So, hier ist schon mal Nummer 1. Aua, aua, aua. So. Da sind immer die ersten zwei Dudes hier oben tot. Und wir haben auch ein bisschen kassiert, muss ich sagen. Ich habe aber Kügelchen gesammelt, tatsächlich. Eben gerade. Das. Alter. Wer bist du denn? Ich sehe wieder nichts. Wer bist du denn? Hinkt der eben tatsächlich da oben an diesem Drachen dran? Dein Ernst? Wieso macht der Drachen ans Dach? Ei. Noch mehr dran. Da sind auch noch mehr Typen. Oh. Oh. Einfach mal ein bisschen schleichen. Habe ich so das Gefühl. Der pfeift, Junge. Der pfeift. Der Drecksack. Wah. Wow. Oh, fuck. Fuck. Alter, wie viele sind das? Oh mein Gott, ich bin tot. Boah, wie viele das denn? Oh. 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 Das sind ja noch mehr. Das sind doch noch mehr. Das kannst du mir nicht erzählen. Ich kann es gar nicht blocken. Ich kann es nicht blocken. Oh. Und go. Oh. Ja, wir sind bereit. Wir sind bereit. Habe ich so das Gefühl. Was ist denn das für eine scheiße, kranke Scheiße? Okay, wir müssen uns zurückziehen. Das ist ja viel zu viel. Das geht ja mal gar nicht klar. Hör mal auf. Viel zu stark. Oder halt, wir sind schlecht rangegangen. Das kann natürlich auch sein. Ei, 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 ei. Was ist denn da passiert? Freunde. Ah. Gehen wir gerade noch mal da hoch. Da kann man gar nicht hoch. Nein. Wollte ich gar nicht. Wollte hier ganz normal irgendwo hoch. Geht wohl nicht. Schade. Da kann man hoch. Da kann man hoch. Da kann man hoch. Wir arbeiten uns jetzt einfach ganz easy hoch. Gleich nach oben. Da ist ja schuldig. Die muss man schnell ausschalten, habe ich so das Gefühl. Sonst sind die ein bisschen zu stark. Da ist ja noch einer auf dem anderen Dach. Du musst schon hier hochkommen. Sonst kämpfe ich gegen dich hier gar nicht erst. Oh, was hat der denn Feuer? Der hat ja Feuer am Start. Also skilltechnisch sind die ja ganz mit oben dabei, habe ich so das Gefühl. Da ist wieder das berüchtigte Dach. Warum benutzen die denn jetzt alle Feuer? Okay, den haben wir jetzt einfach mal blatt gemacht. Aber jetzt kommen ja wieder alle viel. Alle. Alle. Lock doch. Du musst sterben. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob es dir leid tut. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was ist hier los? Wow, 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 wow. Ganz ruhig, mein Sohn. Da ist ja noch so ein Knecht. Den schlitz mal nach. Ey. Ja, der ist RIP. Ja, der ist auch RIP. Heilige Scheiße. Locken, locken, locken. Die Dinger kann mir ganz gut locken eigentlich. Boah, dieser Keramik-Splitter, das ist ja der Wahnsinn. Was war denn das? Was gibt es hier in der Truhe? Wir haben hier irgendwas erreicht. Das finde ich gut. Was ist das? Ein Kürbissamen. Ja, dann porten wir uns natürlich erst noch mal. Wollte nicht an der Wand laufen. Wollte mich heilen. Wie gut ist mir das entdeckt? Ja. Erst mal den hier machen. Das ist gut. Fähigkeiten erwerben. Ist hier irgendwas möglich? Nicht wirklich. Unbekannte Kampfkunden. Hier müssen wir auch mal unbedingt was klären. Das gibt gar nichts. Wir haben ja gar nichts drauf. Reisen. Wichtige Orte im Arudertempel. Auf jeden Fall. Einfach damit wir mal die Kürbissamen abgeben. Und ja. Da sehe ich uns. Da sehe ich uns ganz deutlich. Oh, hallo, junge Frau. Hast du ein Heilmittel? Ich habe euch bereits gefordert. Fortschritte. Antworten. Der Stillstand in... Wer mal tot. Ah ja. Wie denn? Sachenblut Wir leben wieder Okay Erholungsamulett Ah ja Ich weiß nicht, ob wir das benutzen müssen Bald, demnächst Ja, würde ich gerne Wie viel haben wir denn jetzt? Fünf Sachenfeule, Wiederherstellung Ich hab's nicht verstanden Sind wir mal ganz ehrlich Ich hab's nicht verstanden Sachenvoll Das gibt's hier auch, oder was? Nein Einfach nein Ich hätte noch gerne eine Gebetsperle Aber ich weiß nicht, wo Ich weiß nicht, wo Was denn? Reisen China Oberer Turm, Vorzimmer Ja, da gehen wir mal hin Das ist eine gute Entscheidung von mir Ich weiß Hervorragend Sehr, sehr, sehr hervorragend Halm uns Ah nee, es hat schon geil Wir rasten aber trotzdem noch mal So, was geht denn jetzt hier oben ab? Geht hier was ab? Überhaupt Ist hier der Tod? Ah, da ist ein Typ Müssen wir den töten Anscheinend Damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet Aber okay Ah ja Mal in einem Gebäude drin Das ist ja mal Ganz was Neues Sind das alles starke Dudes, oder was? Haben die was drauf? Gucken Kommt ihr hier lang? Nee Das ist schon mal sehr gut Boah, was bist denn du? Bist du für ein alter Echse? Du willst auch sterben Du hast ihn nichts gehört Fräulein Oh fuck Oh Okay, der hat was drauf Kann auch da Lieber sich einfach nicht anwesend Oh, der hat ja erst was drauf Wir haben ja hart was drauf Oh, jetzt sind ja zwei Stück Ja, nee Gegen zwei ist schon wieder asozial Oh, heilt sich im Scheißdreck Bin ich grad schon? Nee Oh, ich kann nicht ausweichen Komm mal kurz ins Dach hier Hey, voila Erstmal was trinken Dann nennen wir noch ein Kükelchen Jawohl Sind doch schon wieder zwei Zwei ist eine zu viel Oh, du bist durch die Band Rollen, oder was? Kommt der hier rein? Ja, ne? Ja Das heißt, wir haben ein Basker Woh 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 Okay, die sind gar nicht mal so ohne Muss ich feststellen Oh, der ist ja fast tot Den haben wir ordentlich gegeben, der Sack Oh, wow, wow, wow Entspann dich Du sollst dich entspannen Der entspannt sich einfach nicht Der Knecht Erstmal was trinken So, zack Was hast du bei dir? Kügelchen, ja, sehr schön Ich wollte einfach nur mal gucken, was hier abgeht Weißt du? Oh, wenn man hier runter geht, stirbt man, okay Einfach nur mal gucken, was es hier so gibt Eisenschrot Akkuskonfekt Das ist alles tolles Zeug Kann man ja hoch Da kann man ja hoch Gangeskonfekt Warum sollte ich hier hochgehen? Gibt es hier noch mehr zu töten? Gibt es hier wen? Da müssen wir rein Den Raum müssen wir definitiv rein Oh, okay Die sind ja echt stark So Okay, da gehen wir auch nicht lang Und mein Gott kann es nicht blocken Oh, hier kann man ja nirgendwo hin Hier will ich ja gar nicht hin Ah ja Da ist ja noch so ein Teil Ne, 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 ne Boah, das sind eindeutig zu viele Oh Sorry, ich muss gehen Beziehungsweise Das dauert ja ewig die Tür aufzumachen Boah, dann jetzt dieser Raum mit der Truhe Da will ich doch hin Da will ich doch hin Zu dem Raum mit der Truhe Ich glaube, wir machen ja erstmal die Duzie fertig Schnell Ja, ich asche bitte der Zeit So Er hat aufgegeben, das ist gut Wo ist der Raum mit der Truhe? Da habe ich jetzt aufgemacht Eigentlich da an der Ecke Geradeaus durch Hm Riskieren wir es nochmal Und gehen rein und kämpfen? Eigentlich ja Definitiv ja Ich kann den Ich kann hier echt nicht Locken Der Dude Der ist ja wahnsinnig stark Kann ich noch irgendwas tun? Eigentlich nett, gell Das wird nichts bringen Das Shinobi Feuerzeug Ohne Spaß Das ist das Beste, was es gibt Boah Boah Der tötet uns noch Ich sag's euch, der tötet uns Ich würde ihn gern töten Ich habe nichts mehr Außer das hier Ich bin tot Ich bin gestorben Ich habe versagt Ich habe es ja prophezeit Dass es so passieren wird Jetzt verlieren wir ja wieder Geld Und hier EP und so Das ist so ein Scheiß Shit Die Aschina Boah Wie Genshi es jetzt nochmal machen wird Aber Erst Haben wir heute Donner ist da Hammer Oh lol Habt ihr uns jetzt gesehen? Er kommt ja zu uns, Alter Bis hier rein Ich will hier eine Art Mord machen, du Arschloch Okay, der ist Der ist stark as fuck Aber wir sind schon wieder tot So Kann ich jetzt da Abmord machen, ja? Darf ich das jetzt? Göttlich ist das Konferdi, das ist schön Weiter Rastet So, hervorragend Jetzt sind wir da Wo ich hin will Denke ich Und er steht einfach wieder da Okay, wir töten ihn gleich Moment Jetzt kann ich ja Abmord machen Ist ja furchtbar Ist ja furchtbar Kühlen Rast gleich nochmal Also Leute Wenn euch das Video gefallen hat Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da Und wir sehen uns mit Sikiro nächste Woche wieder In Doppelfolge Und zwar Mittwoch und Donnerstag Ja, so mache ich das So mache ich das Alles klar Ich würde sagen Macht's gut Euer Körderui